Liebe Olympia-Freunde und FDK-Fans, ein wenig müsst ihr euch noch gedulden, doch eine kleine Vorschau, was euch im Film erwartet, habe ich schon für euch zusammengelegt. Exklusive Interviews mit Ralf Hechler, Joe Felger, Konrad Lundstück und vieles mehr werdet ihr in den nächsten Tagen zu sehen bekommen. Natürlich auch Ausschnitte vom torreichen Spiel zwischen dem FV-Olivia Rammstein und seinen Freunden gegen den großen 1. FDK-Kaiserslautern. Freut euch, bis demnächst, euer Rammstadt TV. Rammstadt TV.